Multimillionär, wo Sie Villa auf Gran Canaria ... Junge Damen, ich darf Ihnen versichern, wenn Sie wissen, wie viel Geld ich auf meinem Konto habe, dann würden Sie nicht so da sitzen. Dann würden Sie schon längstens so machen. Das ist ein geiler Sieger. Was bin ich? Ich bin nicht da. Ich bin Olympiasieger. Und bin ich gern mit schönen Menschen zu sehen. Alles schöne Menschen. Ich bin der schönste Fahne. Wir Olympiasieger. Frag mich einfach, was du auf dieser Bühne verloren hast. Mit deinen langen Haaren. Du bist ein Sauludi. Quersäger von der Evolution. Eine Laune von der Natur. Wie geht's? Mit dir hat der liebe Gott sicher einen Weg verloren. Was hast du denn? Denken an du? Siehst du? Jetzt zuerst die Frage. Hör mal, du bist falsch. Du kommst erst im zweiten Teil der Show. Das ist ein Einkommen, das ist immer richtig. Ich bin nie falsch. Wir dürfen das nicht. Ich bin nie falsch. Nein, sorry. Das ist eine moderne Geschichte. Das geht an dir für mich. Das ist ein Spezialgebiet für mich. Da bin ich auch sicher. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Danke! Ich bin ein Tag. Ich bin ein Tag. Ich bin ein Tag. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.